Mahlzeit Freunde, hier ist wieder euer Exel. Es ist kurz nach sieben. Ich habe gerade eingekauft. Ah, fuck you. Ich war gerade eingekauft beim Rewe. Die Leute haben abgestimmt auf Instagram und haben gesagt, hey, laufen statt fahren. Und jetzt möchte ich hier mein klares Statement dazu abgeben. Fickt euch, aber fickt euch bitte freundlich. Ihr wisst, ich liebe euch, aber das, das mache ich nimmer. Es regnet, es ist laut. Nachher gibt es ein schönes Nahrungsmittelbeschaffung. Ich wollte euch nur einen schönen Tag wünschen und euch Bescheid sagen, dass es regnet.